Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play Factorio, weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Glabur. So, dann hab ich... Hey, wir haben die Forschung fertig. Was ist das hier? Robotertechnik. Jetzt bin ich aber gerade hier. Mama, wir haben so viel Neue. Wir machen einfach hier Stapelgreifarm forschen. Einfach forschen jetzt hier. Was ich nicht verstehe, warum ihr meint, dass das mit den Batterien ein Fehler ist. Also, ich find's vollkommen okay. Klar kann man davon viel und man muss auch viele herstellen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist doch scheißegal oder nicht? Also, so langsam oder so lange, wie ich hier kein Stromproblem habe, ist doch scheißegal. Jetzt wird wieder geladen, die Batterien. Und ist doch dann in dem Sinne scheißegal. Also, deswegen verstehe ich nicht, warum ich weiterhin dann mit Dreck arbeiten soll. Wo ich ja vom Prinzip dann, äh, ja, in meinen Augen, wenn du ja mit Wasserstoff und dem ganzen Scheiß und hier Kohle verbrennst, machst du ja die größte Umweltverschmutzung ever. Und ihr sagt alle, äh, Umweltverschmutzung ist ja das, was, äh, die Viecher vorantreibt. Also, es ist doch am schlauesten, wenn ich einfach beigehe und einfach beigehe und das hier mit Batterien mache. Und das läuft ja super. Also, ich kann mich absolut nicht beschweren. Und ob die Fläche nachher riesig ist, ist doch eigentlich scheißegal, Alter. Guckt euch doch mal an, wie groß die Welt ist. Also, es ist doch schnuppe. Einer Meinung nach. So groß ist die Fläche doch gar nicht, die wir hier gebaut haben. Ist doch alles easy. So, und jetzt sieht man schon, jetzt ist es wieder alles vollgeladen. Und jetzt rappeln die Dinger schon wieder runter. Super. Also, ich bin damit mega zufrieden. Ich weiß nicht, warum das, äh, scheiße ist oder nicht so toll ist. Keine Ahnung. Wir haben jetzt Geschwindigkeitsmodule hier eingebaut. Das bedeutet, wir kriegen jetzt hier auch wieder mehr, äh, Schwefel. Ne, was war das? Äh, Lager, bla 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 bla. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das war Brotolium. So. Wasser haben wir hier auch überall genug. Alles sieht super aus. Klar habe ich hier etwas weite Wege gebaut. Da hatte ich mir dann später nochmal so Gedanken drüber gemacht. Das war vielleicht nicht unbedingt toll. Das muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, das hätte man alles kürzer und, ja, besser machen können. Ganz ehrlich. Aber gut. Jetzt würde ich gerne wissen, ob da auch nur 50 reingehen oder 100. Das ist jetzt noch so das nächste, was ich gerne hätte. Und hier oben stellen wir ja die Batterien her. Das läuft nämlich auch super. Er nimmt sich immer hier Eisen und Kupfer weg. Ich bin eigentlich bis jetzt mega zufrieden mit meiner ganzen Sachen hier. Hier laufen die roten Mikroschips. Da müssen wir später weitermachen. Dafür haben wir ja hier das Kupfer hingesetzt. Und jetzt kommt der spannende Augenblick, wenn er gleich 50 hergestellt hat. Dann bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Ob er dann weitermacht oder ob er sagt, Ende. Ende. Also müssen wir immer zwei herstellen. Wir haben jetzt 50 Batterien und 100 Solarzellen. Ich denke, hier oben müsste voll sein jetzt, ne? Nö, noch nicht. Aber wird auch noch fleißig produziert. Ja gut. Also warum das negativ ist, was ich jetzt da hinten gemacht habe mit den Batterien, verstehe ich nicht. Also muss ich ganz ehrlich gestehen. Warum soll ich weiterhin mit Kohle arbeiten, wenn nicht das hier ausreicht? Und ich kann ja immer mehr Batterien hinzubauen. Dafür haben wir ja eine Automatisierung gebaut. Es wäre jetzt so cool, wenn man irgendwie das machen könnte, dass das da hinten gleich hingebaut wird. Immer so ein bisschen größer. Ja, und wenn man sich das jetzt da auf der Karte mal anguckt. So groß ist das doch gar nicht. Kann man alles zweideutig sehen? Kann man alles so ein bisschen, ja. Sie kommen auf jeden Fall. Sie breiten sich so langsam aus. Ist ja auch klar, wir machen ja immer noch eine Umweltverschmutzung. Umweltverschmutzung ist zum Beispiel hier oben. Und immer noch mit den Brennöfen. Ja, wenn man sich das jetzt mal anguckt. Wir haben hier eine Herstellungsgeschwindigkeit Umweltverschmutzung von 3,6. Und ich glaube, wenn man nämlich diese normalen Hochöfen hier nimmt, haben die nämlich eine... Kann man so gar nicht sehen. Muss ich die einfach mal einsetzen, dann kann ich das glaube ich sehen. So. Wäre nämlich nur eine Umweltverschmutzung von 1,8. Also ich haue hier richtige Umweltpest raus. Gut. Wir haben gesagt, wir brauchen die blauen Mikrochips. Äh, blauen Fläschchen. Das bedeutet, wir brauchen die roten Schaltkreise. Die haben wir Motoreinheiten und elektronische Erzförderer. Also Motoreneinheiten benötigen wir. Damit sollte ich dann erstmal anfangen. Motoreinheit, welche brauchen wir denn? Wir haben zwei Motoren. Die gelben. Also die. Da brauchen wir Stahl, Zahnräder und Rohre. Äh, Stahl. Ja, Stahl ist oben. Stahl hätten wir hier. Zahnräder hätten wir hier. Und. Rohre. Rohre. Rohre stellen wir noch gar nicht her, ne? Ich glaube nicht. Aus was stellt man Rohre her? Ich glaube aus. Eisenplatten. Ja, also easy. Easy peasy. Ich gehe einfach bei. Werde hier eine. Das ist. Hier. Eine Abspreizung rein machen. Und zwar so. Danke. Und wir brauchen mal wieder ein paar rote. Ja, da oben haben wir noch mehr. Nein, dann brauchen wir einen Tunnel. Da hätten wir unser Eisen. Hier hätten wir die Zahnräder. Da hätten wir die. Das bedeutet, ich muss jetzt Rohre herstellen. Das ist eine Komponente. Also müsste ich normalerweise. Reicht, wenn ich den nehme. Ich stelle mir einfach mal zwei Stück her. Das sollte vielleicht ausreichen. Wenn wir die jetzt. Denken wir mal ein bisschen. Da. So. 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 Oh. Falsch. So. So. Dann machen wir hier noch. Stapelgreifarme. Dankeschön. Machen wir das jetzt einfach erst mal so. Dann hätte ich gerne Rohre. Da hätte ich auch gerne Rohre. Eisenplatten. Gleich Rohre. Warum nicht laufen? Ach. Alter. Ei, 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 ei. Manchmal denke ich wirklich. Ich habe einen Kopf irgendwo. So. Ohre würden dann auch laufen. Also wir hätten jetzt Stahl. Zahnräder. Und das hätten wir. Ähm. Würde ich gerne das. Das lassen wir mal so stehen. So. Okay, 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 okay. Wir brauchen das haben wir gesagt. Ne, wir brauchen Motoren haben wir gesagt. So. Rohre. Zahnräder. Eisenzahnräder. Rohre. Wenn ich die Rohre. Die so rumführe. Werden die da mit drauf. Könnte die Rohre aber auch hier runter führen. Normalerweise müsste ich das alles da lang führen. Könnte ich es gleich hier abgreifen. Die Zahnräder. Und die Stahlträger. Können wir da nicht mit drauf führen. Das wäre dumm. Aber wir. Jetzt bin ich. Hm. Wir machen was am besten. Also wir hätten alles. Muss jetzt nur in blau oder gelb. Wir haben aber nur die blauen Maschinen. Okay. Also ich brauche die Zahnräder hier oben. Also die Zahnräder nach oben zu bekommen. Wäre ja eigentlich überhaupt gar nicht das Problem. Die Stahlträger sind eigentlich auch absolut gar nicht das große Problem. Wenn ich jetzt beigehen würde und würde. Hier einfach. Upsa. Kurve ziehen. So. Ist auch am produzieren. Sehr schön. So. Dann hätten wir die Stahlträger jetzt hier oben. Hier unten können wir dann später immer noch welche rausnehmen. Können wir auch mal nach unten bringen gerade. Lalalalalalalala. So. Jetzt ist das nämlich auch mal voll gelaufen. Die 50. Können wir unten gucken. In der Zeit wo ich noch meine Laufbänder herstelle. Sehr schön. Weil wir haben gesagt. Wir wollen da ja auch 100 haben. Soll ich jetzt hätte da mal ein bisschen schneller alles herstellen. Ja. Super vom Prinzip. Hier ist das ganze Kunststoff in dem Sinne vollgelaufen. Kann man schon fast so sagen. Ja. Bis dahin schon. Sieht doch gut aus. Nur so kann man in dem Sinne vorankommen. Stellt die ganzen Laufbänder her. Das würde bedeuten, ich hätte gerne da noch einen. Dann bin ich auf der gleichen Länge. Dann würden wir sagen, das machen wir so. Moment. Da. Haben wir keine. Doch da haben wir noch. Zahnräder. Weiß nicht wie viele Motoren wir herstellen müssen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich hätte gerne die Zahnräder eigentlich auf dem Band mit. Aber gut. Was soll's. Ja. Wir müssen auf jeden Fall einen Teiler. Und den Teiler kriege ich nur so gesetzt. Das wäre dann auch wieder richtig bekloppt. Also nehmen wir hier den. Hier was weg. Setzen wir da wieder hin. Okay. Jetzt haben wir. Die bedeuten eins. Nehmen wir mal drei. Dann würden wir ja. Einmal einen langen brauchen. Und drei kurzer. Da unten. Grüne Mikrochips gehe ich von aus. Fehlen mir. Nö. Dann fehlen mir Eisenplatten. Das war ja wieder klar. Immer das, was ich da nicht brauche. Oder was ich denke, was ich nicht brauche. So. So. Hätten wir noch ein paar Eisenplatten. Ah, jetzt könnten wir wieder welche herstellen. Sehr schön. So, dann hätte ich hiervon gern nochmal so 15 Stück. Danke. So. Also das würde jetzt eigentlich bedeuten, ich prüste jetzt ja eigentlich die Zahnräder hier irgendwie mit hinkriegen. Das würde aber, boah, was haben wir denn jetzt hier? Filter, Stapel, Greifarm. Mh, 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 mh. Müsste aber eigentlich versuchen, die Zahnräder mit auf dieses Förderband zum Beispiel zu bekommen. Eigentlich schon. Oder auf dieses Förderband. Würde eigentlich bedeuten... Ist richtig... Könnte hier eigentlich abgreifen und das genau umgekehrt bauen. Weil wenn ich das mache, dann würden die nach da laufen. Dann würden wir die bis nach da laufen lassen und wir könnten die Zahnräder dann mit drauf laufen lassen. Das wäre eigentlich viel schlauer. So. Das hätten wir dann auch. Hier würden weiterhin die Stahlträger laufen. Das ist auch alles so richtig. Das ist auch alles so richtig. Machen wir mal so. 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 Und dann muss ich... So machen. So machen. So machen. Und dann. Und dann. So. 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 easy peasy ein bisschen mit gesult alles irgendwas wenn da ist ein baum kann da nicht platzieren aber jetzt aber so dass sie jetzt nicht geladen werden ist schon logisch ja da sieht man ist jetzt schon wieder hell und wir haben immer noch die hälfte der batterie wo wir da gerade noch welche angeschlossen haben also wir haben genug leistung aber einfach jetzt mal beigehen wieder ein bisschen vergrößern alles das schadet doch nicht und in der ruhe liegt die kraft einfach leute und ich nehme mir alles schlechte nein davon habe ich nichts und es bringt mir auch nichts ich sage damit dann auch wieder vielen vielen dank dass ihr eingeschaltet habt hier ist morgen tschüss